hallo liebe geistige welt ja das kollektiv braucht noch ein bisschen schattenarbeit also arbeiten wir sehr gerne mit der neuen heaven store essenz zitteraal und ich bitte um entsprechende durchsagen und übermittlungen und energien welche das kollektiv jetzt braucht um weiter transformieren zu können dass diese schattenarbeit in die finalen züge gelangen darf und bitte um übermittlung ich bin da ich bin gekommen um dir zu helfen wenn dich blitz und schockartige informationen erreicht haben und du einen ohnmächtigen oder elenden wellengang deiner gefühle erlebst ich unterstütze dich deine negativen gefühle zu heilen und zu transformieren ich helfe dir tiefsitzende alte ängste verborgene glaubensmuster und begrenzende anschauungsweisen zu transformieren sämtliche falschheiten gemeinheiten verletzende worte und taten übergriffe die von dir oder von anderen ausgesendet wurden verwandle ich in neutrale energie wenn du angst hast vor verletzungen und eher lebensängstlich zurückgezogen in einer höhle vegetiert helfe ich dir dich zu heilen von altlasten und verletzenden momenten der vergangenheit und diese erinnerungen tiefgreifend zu eliminieren wenn du dich an elektrogeräten verbrannt hast helfe ich dir deine energie zu neutralisieren um sich wieder sauber zu machen von sämtlichen toxischen energien ich bereinige sämtliche toxische energien und negativen gefühle von dir oder auch von anderen menschen die durch giftige projektion auf dich gerichtet wurden der aal als heaven store essence bringt dir blitzartige und schnell heilung von negativen gefühlen und projektionen anderer sowie auch deine projektionen werden geheilt diese sens hilft dir schlechte energien depressionen angst vor verletzungen zu heilen sie unterstützt all jene menschen die sich nicht mehr getrauen unter die menschen zu gehen oder auch das zitter aal hilft dir deine angst vor der angst vor der angst zu heilen und zitter aal helfen dir angst vor dem schatten angst vor der depression und angst vor der negativität tiefgreifend zu heilen zu transformieren und aufzulösen sie heilt schocks aber auch elektroschocks sowie sämtliche negative energie der aal hilft dir bei mobbing bei falschheit bei scharfzügigkeit und hintergehältigem oder intrigantem verhalten von anderen dir gegenüber aber auch wenn du andere menschen mobbt hast wenn du scharfzügig gemein gegenüber anderen warst diese anteile in dir in liebe aufzulösen da ist eine ideale essenz bei tiefsitzender eifersucht neid oder misskunst oder anderer stark negativer emotion der aal oder auch der zitter aal hilft dir bei ekelgefühlen erbrechen und brechreiz allgemein bei gefühlselend und damit verbundene abstoß und abwehrgefühle hilft deine eigene gefühlswelt durch dringend anzunehmen diese essenz unterstützt alle gefühls verdreher alle fakten verdreher allen menschen die in umkehr projektionen sind die narzisstische und selbstgefällige züge haben und aus falscher eitelkeit aus angst vor verletzt werden reagieren sie hilft bei verwirrung bei emotionaler intellektueller oder auch psychischer verwirrung in ihrer essenz heilt der aal oder auch der zitter aal den eigenen schatten betrachten zu wollen die heilenden farben dieser essenz aal oder auch zitter aal genannt sind und das empfehlen wir zur anwendung schlamm grün schlamm braun schlamm grau sehr helles gelb durchdringend wie ein blitz und dunkles heilendes violett wenn du die energien des aals im rahmen einer heilarbeit suchst im tarot so findest du jene energien bei den fünf schwertern mobbing projektion giftige scharfzüngige worte gemeine konflikte oder aber auch im turm wenn ein blitz einschlag von nöten ist oder im mond wenn es ängste gibt psychische verwirrung unfähigkeit die eigene dunkle seite anzuschauen sich dem schatten zu stellen projektionen zu verstehen und an der basis zu heilen die tiefgreifende allumfassende transformation dessen was an negativität angehaftet war was auf eine neue ebene gehievt werden möchte um befreiung an der basis in der essenz erfahren zu können dies alles bringt die neue heaven store essenz aal sowie auch zitteraal eine essenz des meeres des unbewussten hervor sie ist keine bekömmliche essenz sie ist keine rosa rote wolke sie kommt nicht aus dem reich der einhörner das spielt aber gar keine rolle denn sie hilft dir dich an der basis zu heilen an der basis zu verwandeln um wirkliche echte transformation zu erfahren und aus deiner verleugnung deines eigenen schattens deiner eigenen projektion deiner eigenen angst auszutreten und freiheit wahrhaftige freiheit im ausdruck der liebe erfahren zu können das ist das große reich vom aal vom zitteraal von all jenen energien die dir helfen wollen dich aus toxizität aus falschheit aus betrug aus elend aus angst vor schock angst vor schlimmen schweren nachrichten zu befreien zu lösen damit du leicht werden kannst damit du frei werden kannst und damit du deine ängste und deine negativität nicht verbreitest sondern dein wesen in liebe tränkst in licht tränkst und der aal dient dir hier als ein schatten wandler als ein wesen mit höchster erstklassiger sinneswahrnehmung in bezug auf deine gefühle frei zu werden von angst frei zu werden von manipulation frei zu werden von giften von toxinen jeglicher art befreiung 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 und tiefgreifende schatten wandelung och schatten kommt gener